Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seien Sie recht herzlich gegrüßt zu unserer heutigen Informationsveranstaltung, der ersten in diesem Jahr. Seit nunmehr acht Jahren organisieren wir das Gesundheitsamt und unsere Mitveranstalter des Gesundheitsnetz Nordhessen, die KISS und die VHS, die Veranstaltungsreihe Gesundheit im Gespräch. Wir freuen uns über die anhaltende Resonanz. Das liegt einerseits sicher an den guten Experten unserer Region Kassel, aber auch daran, dass wir darauf achten, dass neutral und unabhängig von Eigeninteressen informiert wird. Wir danken heute Abend ganz besonders unserem treuen und interessierten Publikum und ich bedanke mich schon jetzt bei Ihnen und bitte um Verzeihung, dass Sie nicht so schön und optimal sitzen, wie Sie das sonst vielleicht tun. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass so viele Männer heute kommen. In diesem Jahr 2012 haben wir ein übergeordnetes Anliegen. Wir möchten nämlich bei jeder Informationsveranstaltung, wir haben ja sechs im Jahr, über das Thema Organspende informieren. Und ich würde Sie herzlich bitten, sofern Sie das noch nicht getan haben, beim Hinausgehen auch den Stand unserer heutigen Patenschaftskrankenkasse, der Barmer GEK, zu besuchen und sich dort Informationen über die Organspende abzuholen. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch selbst entscheiden sollte, ob er für oder gegen eine Organspende ist. Diese Entscheidung, sehr geehrte Damen und Herren, können Sie allerdings nur zu Lebzeiten treffen. Ansonsten überlassen Sie diese schwere Entscheidung Ihren Angehörigen. Und dann möchte ich Sie noch in eigener Sache des Gesundheitsamtes auf ein Jubiläum in diesem Jahr aufmerksam machen, nämlich auf 25 Jahre erfolgreiche Selbsthilfeunterstützungsarbeit durch die KISS, die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen. Wenn Sie herausgehen, werden Sie ein Flipchart finden und ich habe mir gedacht, dass wir der KISS eine Freude machen könnten. Vielleicht haben Sie Lust, da ein Kürzel drauf zu schreiben auf das Flipchart oder etwas Nettes anderes zeichnen oder schreiben. Vielleicht, dass Sie, wenn Sie gleich hinausgehen, daran nochmal denken. Jetzt zu unserem heutigen Thema. Es geht ja um den Prostatakrebs, die verdrängte Männerkrankheit, was Männer wissen und was sie ernst nehmen sollten. Die Krebserkrankungen stehen an zweiter Stelle der häufigsten Diagnosen in Deutschland. Und während bei der Frau der Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung ist, ist der häufigste bösartige Tumor beim Mann der Prostatakrebs. Wir möchten Sie heute über den Stellenwert der Früherkennungsmethoden und die Therapiemöglichkeiten informieren. Und ich habe deshalb entsprechende Experten in der Region eingeladen. Ich darf Sie Ihnen kurz vorstellen. Ganz links außen begrüße ich recht herzlich Dr. Uwe Popert. Er ist Allgemeinmediziner und Hausarzt hier in Kassel. Guten Abend. Neben, ja, Sie dürfen natürlich gerne klatschen. Neben ihm sitzt Herr Peter Ochs, er ist Redakteur der HNA und wird die Sendung heute moderieren. Dann darf ich begrüßen den Dr. Björn Volkmar. Professor Dr. Björn Volkmar ist leitender Urologe der Gesundheitsholding Nordhessen hier am Klinikum Kassel. Sein Kollege niedergelassener Urologe neben ihm ist Dr. Dietrich Kran. Applaus Und wie immer dabei auch ein Vertreter immer der entsprechenden Selbsthilfegruppe, diesmal der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs. Ich darf recht herzlich begrüßen, Herrn Heinz Slotowicz. Applaus Unsere Informationsveranstaltung wird wie immer aufgezeichnet von der Firma Clip Media und im offenen Kanal gezeigt. Deshalb sagte ich ja eben schon am 24.04. um 19.30 Uhr können Sie die Sendung entweder im offenen Kanal sich anschauen oder anschließend auch im Internet unter gesundheitsamt.de, also www.gesundheitsamt-kassel.de. Das googeln Sie, das finden Sie und können dort die komplette Sendung natürlich sich anschauen. Und wie jedes Mal sind auch wieder die Gebärdendolmetscherinnen dabei, damit auch unsere gehörlosen Bürgerinnen und Mitbürger das Thema des heutigen Abends verstehen können. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank allen Experten, unserem Moderator und unserer Patenschaftskrankenkasse der Barmer GEK für ihre freundliche Unterstützung. Und nun bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen heute Abend gute Erkenntnisse, viel Diskussion und einen schönen Abend. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, ich muss mal aufstehen, damit ich bis hinten hingucken kann. Das ist ja vielleicht ein Auftakt für unsere diesjährige Reihe Gesundheit im Gespräch, ganz hervorragend. Frau Dr. Karin Müller, die Leiterin des Gesundheitsamtes Region Kassel, hat Sie so freundlich begrüßt hier. Auch Sie herzlich willkommen. Ich begrüße alle Damen mit und ohne Begleitung, alle Herren mit und ohne Frau, manche sind sogar freiwillig gekommen, muss ja sein bei der Menge. Der Saal ist übervoll, draußen stehen immer noch welche, vielleicht machen wir die Türen auf, dass da draußen noch besser gehört werden kann. Wir wollen uns bemühen, laut und deutlich zu sprechen. Wir haben ja Mikrofonverstärkung, dass wir auch draußen gehört werden. Es ist nicht ganz so bequem, wie sonst immer hier. Wir haben erfahren, das wird toll dieses Jahr, das wird voll dieses Jahr. Ich glaube, wir sorgen dafür, dass beim nächsten Mal nicht so viel Gerümpel da hinten steht. Heute Abend spielen die Bayern. Wir konnten wirklich nicht damit rechnen, dass der Saal so voll wird. Aber ich verspreche Ihnen, Sie sind rechtzeitig zu Hause. 20.45 Uhr geht das Spiel erst los. Das ganze Gesülze vorneweg kann man sich schenken. Genau das habe ich auch vor. Ich will mir das Gesülze schenken. Herr Dr. Kran, fangen Sie doch bitte an. Ich gebe das Zeichen, vorausgesetzt, dass es der Operateur sieht. Jo, er hat es gesehen. Also auch von meiner Seite nochmal recht herzlich. Danke für Ihr Interesse an der Veranstaltung. Guten Abend. Mein Name, die Kollegen hat es mir schon vorgestellt, Dietrich Kran. Ich bin niedergelassener Urologe, seit 1994 in Kassel niedergelassen. Im Moment in einer Viererpraxis in Kassel mit drei anderen Urologen am Elisabeth-Krankenhaus. Ich möchte mich bei dem Vortrag hauptsächlich auf ein paar epidemiologische Zahlen, das heißt auf ein paar Zahlen, wie häufig tritt das Prostatakarzinom bei uns auf, wie häufig tritt das Prostatakarzinom in Europa auf, aber auch im bundesweiten Vergleich. Und was sind Prognosen? Wie kann man abschätzen, wie das Prostatakarzinom, die Zahl der Erkrankten mit Prostatakarzinom sich entwickeln werden? Das sind die sogenannten epidemiologischen Zahlen, also die Zahlen, wie sich das entwickelt. Neuerkrankungen, man sieht es hier vielleicht nicht ganz so gut, weil es etwas hell ist. 2008 63.400 und die Prognose nebenan 67.600, das heißt die Erkrankungshäufigkeit steigt. Die Ursachen, können wir vielleicht nachher noch besprechen, sind nicht ganz einfach zu sagen. Sie liegen sicherlich einerseits daran, dass wir häufiger untersuchen, dass wir häufiger, wie eine Veranstaltung wir jetzt machen, dass es vielleicht bessere Untersuchungsmethoden gibt, darüber kann man dann sicherlich streiten. Sterbefälle, Sterbefälle, die auf das Prostatakarzinom bezogen sind. 2008 12.000 Sterbefälle, nachgewiesene Sterbefälle, das heißt die offiziellen Sterbefälle, die Männer, die an einem Prostatakarzinom verstorben sind, das kann man natürlich für 2012 noch nicht sagen. Und man hat mal ausgerechnet, und das ist nicht irgendjemand, sondern das Robert-Koch-Institut in Deutschland, also unsere oberste, wenn Sie wollen, mit oberste Gesundheitsinstanz, hat das mal ausgerechnet. Das Erkrankungsrisiko eines Mannes, der 40 Jahre alt ist, hat einer von 900 das Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken. Beim 50-Jährigen einer von 82, beim 60-Jährigen einer von 22 und bei 70-Jährigen einer von 15, also jeder Siebte. Erkrankungen, das heißt lange nicht davon, dass jeder Siebte auch behandelt wird, geschweige denn jeder stirbt. Das Risiko, dass Männer überhaupt während des gesamten Lebens erkranken, schätzt man auf einen von acht Männern. Also ungefähr 12 Prozent. Das heißt also, jeder Achte, jeder Siebte, Achte kann erkranken an einem Prostatakarzinom während seines gesamten Lebens. Das Sterberisiko hat man ebenfalls gesagt. Der 40-Jährige hat ein extrem niedriges Risiko an Prostatakrebs zu versterben, 1 zu 20.000. Wird der 50, reduziert sich das auf 1 zu 1.400. Bei den 60-Jährigen 1 zu 250, bei den 70-Jährigen 1 zu 79. Das Lebenszeitrisiko, auch für die ganz alten Männer, die jetzt hier nicht extra aufgeführt sind, einer von 31. Das sind erstmal Zahlen, die zeigen sollen, wie ist jetzt das Prostatakarzinom im Moment in Deutschland an nackten Zahlen. Im Vergleich, im internationalen Vergleich auf der linken Seite können Sie sehen, Frankreich steht bei dieser Quelle vom Robert-Koch-Institut ganz weit vorne. USA steht vorne, Schweden steht vorne. Baltische Länder, die hier nicht aufgestanden sind, Estland, Lettland, Liefland, stehen deutlich vor Deutschland. Deutschland ist mit 110 pro 100.000 Männern, wird angegeben, in den Niederlanden, in England etwas weniger. Es gibt aber auch Unterschiede innerhalb der Bundesrepublik. Man kann fast, das ist auch neulich mal durch die Gazetten gelaufen, ein gewisses Nord-Süd-Gefälle zum Teil sehen. Das heißt, in Niedersachsen, in Brandenburg, Schleswig-Holstein, erkranken mehr Männer an Prostatakarzinom durchschnittlich als der Bundesdurchschnitt. In Bayern, Nordrhein-Westfalen, gut, das gehört nicht gerade zu den Südländern, aber in Hessen, wobei in Hessen die Zahlen sind vorläufig, sie sind nicht ganz komplett, sind es deutlich weniger. Aber es sind, wie gesagt, 110, da gibt es einen gewissen Unterschied. Woran das liegt, muss man diskutieren, da gibt es keine feste Meinung dazu. Ja, die frühere Diagnostik, habe ich Ihnen gesagt, wodurch kann das kommen? Wir diagnostizieren es vielleicht häufiger, wir machen vielleicht mehr, wir haben Aufklärungskampagnen wie durch die Selbsthilfegruppen, wir haben Früherkennung. Früherkennung gibt es seit 1970, haben die Krankenkassen es angeboten. Und man hat früher immer gesagt, so ja, das ist eine Altmännerkrankheit, 75, 80-Jährige. Es gibt tatsächlich immer noch einen statistischen Gipfel, 75 bis 80-Jährige sind die größte Gruppe, die an Prostatakrebs erkranken. Aber wir haben in den letzten Jahren bemerkt, dass die Zahl der Männer immer jünger werden. Das heißt, dieser Gipfel wird sich immer mehr zum jüngeren Alter hin verschieben. Das heißt, wir diagnostizieren die Erkrankung jetzt auch schon eher bei 55, bei 52-Jährigen. Es wird mehr und das liegt sicherlich an den Früherkennungsmaßnahmen. Ganz wichtig dabei zu sehen, was erwarten wir vom Leben eigentlich, was müssen wir erwarten vom Leben. Das sind auch Daten vom Robert-Koch-Institut. Unsere Lebenserwartung. Der 65-Jährige, der ganz normale, in Anführungszeichen 65-Jährige mit all seinen mehr oder weniger starken Erkrankungen, hat heutzutage eine Lebenserwartung von knapp 18 Jahren. Das heißt, er wird ungefähr 83 Jahre alt werden. Ist er völlig gesund? Hat er keinen Zucker? Hat er keine Corona-Herzkrankheit? Treibt er ein bisschen Sport? Ist er nicht sehr übergewichtig? Hat er wahrscheinlich eine Lebenserwartung zusätzlich von 24 Jahren? Das heißt, der 65-Jährige wird 90 werden. Und so pflanzt sich das bei den anderen Altersgruppen genauso fort. Das heißt, ganz unten, der 75-Jährige, der gesund ist, wird wahrscheinlich auch 90 werden. Und damit wird sich natürlich dann die Frage stellen, hören wir irgendwann mit der Diagnostik bei einem Patienten ab einem gewissen Alter auf? Oder können wir das den Patienten zumuten? Wollen wir das den Patienten zumuten? Wollen wir vor allen Dingen auch den Patienten das Recht geben, sich einer solchen Diagnostik eventuell zu unterziehen? Und natürlich dann einer Therapie. Der Anstieg, man kann es ungefähr pro Jahr, ist der Anstieg der Lebenserwartung um zwei bis drei Monate, jedes Jahr. Das hängt natürlich jetzt nicht nur alles mit Prostatakrebsbehandlung, Diagnostik, urologischer Behandlung, ärztlicher Behandlung allgemein zusammen, sondern natürlich mit allgemeiner Verbesserung der Hygiene, der Ernährungsbedingungen. Und ich habe das heute einem Patienten in der Praxis gesagt, Sie können relativ unsicher heute Nacht durch die Obere Königstraße gehen, ohne totgeschlagen zu werden. Machen Sie das mal mitten in Berlin, machen Sie das mal in New York, machen Sie das mal in Johannesburg, da kommen Sie nicht lebend durch. Das heißt, das führt auch zur erhöhten Lebenserwartung unserer allgemeinen Sicherheit. Das darf man nicht dabei vergessen. Die Ursachen für ein Prostatakarzinom sind nicht eindeutig bekannt. Es gibt Hinweise bzw. Vermutungen, dass vielleicht Entzündungen, chronische Entzündungen, Virusentzündungen für die Ausbildung, für die Entwicklung eines Prostatakarzinomes verantwortlich sein können. Das Hauptrisiko ist nach wie vor das Alter. Das Alter ist das höchste oder größte Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken. Wir wissen es von Patienten, die sehr, sehr viel über lange Zeit hohe Mengen Alkohol trinken, haben ein erhöhtes Risiko, Prostatakrebs zu bekommen. Wir wissen, dass bei 7 bis 10 Prozent aller Patienten, bei denen ein Na, Angehöriger, in dem Falle der Vater, der Bruder, der Onkel, an Prostatakrebs erkrankt oder sogar verstorben sind, auch das Risiko für eine solche Erkrankung ebenfalls erhöht ist. Und wir wissen es, habe ich jetzt nur mal so aus der Literatur herausgezogen, bei hohen Vitamin-E-Dosen. Es gab mal eine Zeit, da hat man Vitamin-E als Wundermittel gegen und für alles genommen. Diese Männer erkranken auch häufiger an Prostatakrebs. Männer, die hohe Dosen Folsäure nehmen müssen, erkranken häufiger an Prostatakrebs. Da hat das Risiko sich verdreifacht. Es gibt positive Effekte. Wir können etwas tun. Man hat mal geguckt, das haben Sie sicherlich gehört aus der Literatur, Tomaten. Das Lykopin in den Tomaten hat einen gewissen Schutz. Sie müssen mindestens 200 Gramm Tomaten jeden Tag zu sich nehmen, um die entsprechende Menge dieses Stoffes zu sich zu nehmen. Und am besten in gekochtem Zustand. Am besten Tomatensaft oder am besten ganze Tomaten püriert und aufgekocht. Also eine Tomatensauce mit möglichst wenig Salz und möglichst wenig Zucker. Was eindeutig heute ist, ist ein schützender Effekt von Aspirin. 100 Milligramm ASS, Acetylsalicylsäure pro Tag, hat in großen Studien einen gewissen Schutz gegeben. Nur Aspirin. Andere Medikamente aus dieser Gruppe, die man sonst bei Schmerzen, die man bei Arthrose, bei Gelenkveränderungen nimmt, haben diesen Effekt nicht. Also Aspirin 100 kann das helfen. Und, was ganz wichtig ist, eventuell sogar auch der Lebensstil. Das heißt, Sport, eine relativ gesunde Ernährung, immer mal ein bisschen Bewegung, kein massives Übergewicht, sicherlich auch ein gutes soziales Leben, sich wohlfühlen, in der Gesellschaft integriert sein, können auch etwas Positives dazu beitragen, nicht so leicht an Prostatakrebs zu erkranken. Wie gesagt, das Hauptrisiko ist das Alter. Und da können wir in der Regel nichts machen. Was ist PSA? PSA hat eine ganz interessante Geschichte. Prostataspezifisches Antigen. Es ist 1966 erstmals nachgewiesen worden, mit einer etwas merkwürdigen Geschichte. Es ist von Gerichtsmedizinern in Kalifornien, in den USA, nachgewiesen worden erstmals. Man hat versucht, ein typisch männliches Eiweiß zu finden, was man nur Männern zuweisen kann. Es ging um Vergewaltigungsfälle, die man nicht klären konnte. Und da schon damals in den USA relativ viele Männer sterilisiert worden sind, konnten keine Spermien nachgewiesen werden in Vergewaltigungsopfern. Und man hat versucht, in dem Scheidensekret männliche Proteine, männliche Eiweiße nachzuweisen. Und da wurde eben dieses PSA gefunden. Erst 1979 konnte man dann dieses Eiweiß direkt der Prostata zuordnen. Und deswegen dann Prostata-spezifisch. Weil es ist wirklich nur von der Prostata gebildet, von keinem anderen Organ in unserem Körper. Und da wir Männer eine Prostata haben und die Frauen keine Prostata haben, haben Frauen in der Regel einen nicht messbaren Prostata-Wert. Mit ultrasensitiven Messmethoden kann man bei Frauen minimalste Prostata-PSA-Werte nachweisen. Die haben aber keinen gesundheitlichen Wert. Prostata-spezifisches Antigen-PSA ist für uns Urologen, ist für die Medizin insgesamt ein ganz wichtiger Parameter. Ein Parameter, ein sogenannter Tumormarker, einerseits für die Diagnostik, für die Früherkennung, für die Stadieneinteilung dann einer eventuell vorhandenen Prostatakrebserkrankung, für die Prognose, was wir dem Patienten sagen können, was wir für Therapien machen müssen und natürlich dann nach einer stattgehabten Therapie für die Überwachung unseres Therapieerfolges. Wie geht der Patient, wie haben wir die Krankheit bekämpft, konnten wir sie vollständig bekämpfen oder nicht. Der ganz große Nachteil vom PSA, er ist nicht tumorspezifisch, er ist nicht krebsspezifisch, er ist nur organspezifisch. Das heißt, gesunde Prostatazellen produzieren ebenfalls PSA, aber in der Regel weniger als kranke Krebszellen, die produzieren mehr. Aber wir haben einen Patienten bei uns in der Praxis, Anfang des Jahres, der hat mit einem PSA von 0,7 ein fortgeschrittenes Prostatakarzinom gehabt. Das ist also kein Beweis, PSA niedrig, kein Krebs, PSA hoch, Krebs. Das ist zu einfach, das kann man nicht sagen. Es gibt keinen allgemeinen Grenzwert, man hat immer diese 4, 4 Nanogramm, dieser Begriff, den kennen Sie sicherlich gemacht. Dieser Begriff wurde eigentlich von der Industrie geprägt, von einem bestimmten Hersteller, von einem Gerät, was dieses PSA misst. Und da hat man gesagt, na gut, 4 nähen wir mal an. 15% aller Prostatakrebsfälle haben Werte von unter 4. Ganz wichtig, aber der Vorteil, den wir im Moment beim PSA sehen und der sich immer mehr herauskristallisiert, durchschnittlich kann man einen Prostatakrebs 6 bis 12 Jahre früher erkennen, durch die PSA-Bestimmung, als durch die Tastung. Das heißt, wenn Sie einen Prostatakrebs tasten, ist die Erkrankung meist sehr weit fortgeschritten und vielleicht nicht mehr heilbar. Wenn Sie einen Prostatakrebs durch eine PSA-Bestimmung erkennen, ist es vielleicht noch im heilbaren Zustand. Die Heilung deswegen, man kann heute sagen, wenn ein Prostatakrebs frühzeitig erkannt wird, hat man Heilungsraten von 70 bis 90%. Heilungsraten heißt, dass man keine zusätzliche weitere lebenslange Therapie machen muss. Bei der Tastuntersuchung sind diese Zahlen wesentlich geringer, nur 10 bis 20%. Das Tasten reicht also, zumindest von diesen Daten, definitiv nicht aus. Das ist jetzt eine etwas komplizierte Sache, ich will es etwas abkürzen. Sie haben sicherlich gehört, es gab große Differenzen durch verschiedene Studien, die veröffentlicht worden sind. Es wurde im Spiegel viel darüber geschrieben, in anderen Medien. Es gab drei große Studien, eine aus den USA mit 80.000, eine in Europa mit 126.000 und davon dann noch eine, quasi die Göteborg-Studie, die wir immer gerne hervorziehen, eine Untergruppe dieser europäischen Studie. Und man hat diese Studien Patienten geteilt, die eine Hälfte sollte PSA-Früherkennung, regelmäßige PSA-Bestimmungen machen, die andere Gruppe nicht. Und dann guckte man nach einigen Jahren, wie entwickeln sich die Erkrankungsraten und da ist in den USA bei der Untersuchung herausgekommen, nach sieben Jahren, dass kein Vorteil dieser PSA-Gruppe, der Früherkennungsgruppe da war. Die sind, wenn Sie so wollen, lax gesagt, genauso häufig gestorben wie die Patienten, die sich an der PSA-Untersuchung haben unterziehen lassen. Dann hat man mal die Studie angeguckt und hat aber gesehen, dass 50 Prozent der Patienten, die eigentlich gar nicht mit PSA untersucht werden sollen, schon PSA hatten. Die wussten ihren PSA-Wert schon. Statistisch gesagt sagt man, diese Studie war verunreinigt. Sie ist also eigentlich nicht einsetzbar. Die europäische Studie war da etwas besser. Aber auch da gab es viele Verunreinigungen. Und dort hat man einen Vorteil der 20 bis 30 Prozentigen Senkung der Krebssterblichkeit, also der Sterblichkeit am Prostatakrebs und seinen Komplikationen, durch die PSA-Früherkennung gefunden. Es ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Diese beiden Studien sind zur gleichen Zeit in einem gleichen Journal, in einer gleichen Zeitschrift veröffentlicht worden. Und der amerikanische Hauptautor hat gesagt, wir wollten unsere Studie schneller veröffentlichen, weil wir wussten, dass die Europäer ihre Studie veröffentlichen. Und deswegen haben die nach sieben Jahren gemacht. Die europäische Studie ging über neun Jahre. Die skandinavische Studie, die sogenannte Göteborg-Studie, ging über 14 Jahre. Und da hat sich dann plötzlich ein deutlicher Vorteil der Sterbenswahrscheinlichkeit gezeigt. Das heißt, hier konnte man den Vorteil der PSA-Frühuntersuchung auf 40 Prozent Senkung der Krebssterblichkeit heruntersenken. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Wahrscheinlich bedingt durch die längere Laufzeit. Bei solchen Studien muss immer eine sehr lange Laufzeit gegeben werden. Man kann nach fünf, nach sechs, nach sieben Jahren häufig noch gar keine Vorteile sehen. Es gibt aber immer, wir brauchen lange Untersuchungen. Es gibt eine bestimmte berühmte Zahl, die Zahl der zu Untersuchenden, Number Needed to Screen. Also wie viele Leute muss ich angucken, wie viele Leute muss ich mit PSA untersuchen, um quasi einen Patienten vor dem Tod, vor Prostatakrebs zu retten. Und bei diesen Studien, die nicht lange als zehn Jahre laufen, muss ich 1410 Männer untersuchen, das heißt PSA abnehmen, untersuchen, um einen Mann dann herauszufischen, den ich tatsächlich heilen kann, der nicht stirbt. Die Zahl der zu Behandelnden, um das zu erreichen, liegt bei 1 zu 48. Also 48 Männer, meinetwegen operieren, bestrahlen oder irgendetwas machen, um einen vor dem Krebs zu sterben. Habe ich diese Studie allerdings länger laufen, und das war bei dieser Göteborg-Studie der Fall, 14 Jahre, sind die Zahlen schon anders. Das heißt, ich muss nur noch in Anführungszeichen 293 Männer untersuchen, früher kennen, um einen vor dem Tod zu bewahren, und ich muss nur noch zwölf behandeln. Trotzdem ist und bleibt ein ganz großes Problem, was wir mit der PSA-Diagnostik haben, dass wir eventuell eine Überdiagnose treffen. Das heißt, wir behandeln Männer, die vielleicht gar nicht behandelt werden müssten, die vielleicht niemals an ihrem Prostatakrebs erkranken, keine Probleme haben und vor allen Dingen nicht daran versterben. Deswegen auch das Fragezeichen. Das Gleiche gilt, und da kann der Professor Volkmar sicherlich besser Auskunft geben, das Problem der Übertherapie. Wir behandeln sicherlich Männer, die wir eigentlich gar nicht behandeln müssten. Und das Ziel muss sein, dass wir diese Männer erkennen, die wir behandeln müssen, und die, die wir nicht behandeln müssen. Ja, zur Früherkennung ganz kurz. Die gesetzlichen Krankenkassen bieten Ihnen ab dem 45. Lebensjahr jährlich eine Untersuchung der Prostata, eine Tastuntersuchung der Prostata, eine Untersuchung der Haut, des äußeren Genitale, der Hoden, des Penis und der Lymphknoten an und Blutdruck. Und bei 50-Jährigen und Älteren dann noch der Stuhltest. Und bei 55-Jährigen gibt es dann noch die Darmspiegelung. Das war es. Der PSA-Wert ist nicht Bestandteil dieser Vorsorgeuntersuchung. Die Vorsorgeuntersuchung ist ungefähr 1970 eingeführt worden. Da gab es noch kein PSA, deswegen konnte das auch gar nicht gemacht werden. Es wurde bisher aber noch nicht angefangen. Das ist eine sogenannte Igel-Leistung, individuelle Gesundheitsleistung, den Begriff haben Sie sicherlich schon gehört, der eine oder andere hat es sicherlich auch gemacht, kostet ungefähr 20 Euro. Die Krankenkassen dürfen es nicht bezahlen, weil es ist nicht Bestandteil der Leistung. Wenn der Verdacht einer Erkrankung vorliegt, dann wird selbstverständlich diese Untersuchung von der Krankenkasse bezahlt. Verdacht einer Erkrankung gilt für uns wie Krankheit. Nur wenn in der Früherkennung keine Erkrankung vorliegt, dann muss der Patient selber bezahlen. Ist jetzt nun die Bestimmung bei allen Männern sinnvoll? Wahrscheinlich nicht. Also wir machen das so, dass wir in der Regel allen Männern in dem Alter, die dafür in Frage kommen, es anbieten, fragen, möchten sie es haben. Man hat sich inzwischen so geeinigt, dass man sagt, Männer, die ein Interesse an einer Früherkennung haben, den sollte man auch sagen, dann machen sie das. Männer, die keine Früherkennung haben, die auch keine, vielleicht keine Konsequenzen aus einer solchen Diagnostik ziehen möchten, müssen das auch nicht machen. Ganz wichtig ist es heutzutage, dass wir junge Männer dazu anregen, diese Maßnahmen über sich ergehen zu lassen. Man weiß heute, sie können wahrscheinlich mit zwei, drei, vier PSA-Untersuchungen im Leben auskommen, wenn sie sehr frühzeitig damit anfangen. Das heißt, heute sollte man schon 40-Jährige, 45-Jährige, je früher, desto besser mit PSA untersuchen. Und wenn dann der PSA-Wert ganz niedrig ist, haben sie ein sehr, sehr niedriges Risiko in ihrem Leben überhaupt jemals an Prostata-Krebs zu erkranken. Wenn der PSA-Wert gemacht wird, ist es sicherer, dass man es vor der Abtastung der Prostata untersucht. Das heißt, das Blut abnehmen und dann erst untersucht. Es gibt Studien, die zeigen, dass bei manchen Männern dann der PSA-Wert hochgeht. Das ist nicht bei jedem Mann so, aber wir machen das in der Praxis bei uns so, dass wir dann sagen, wenn der Mann zum Beispiel am Tag zuvor eine Darmspiegelung hatte, dann sollte man den PSA-Wert ein paar Tage später machen. Wenn eine starke Harnwegsinfektion ist, würden wir diesen Wert auch nicht allzu wertvoll ansehen. Dann sollte man ein paar Tage warten. Und was ganz wichtig ist beim PSA-Wert, man sollte natürlich immer bei solchen Werten auch sagen, was hat das für Konsequenzen? Hat es Konsequenzen? Und wenn wir einen PSA-Wert haben, dann wollen wir dem Patienten ja auch sagen, es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass da eine Erkrankung, dass der Wert erhöht ist. Was machen wir dann? Dann müssen wir weitergucken. Wir können also nicht sagen, der PSA-Wert ist hoch und jetzt auf Wiedersehen, Herr Müller. Das heißt, das muss ja Konsequenzen haben. Deswegen muss man vor einer PSA-Bestimmung eigentlich dem Patienten auch sagen, es kann eine weitere Untersuchung kommen, es kann eine Gewebeprobe kommen, es kann eine Kontrolluntersuchung kommen, es kann sogar die Diagnose Krebs kommen. Das muss man dem Patienten ehrlicherweise sagen. Bildgebende Verfahren, das heißt Ultraschall, Kernspintomographie, Computertomographie, sind leider nicht krebsspezifisch. Wir haben kein bildgebendes Verfahren, was sicher zeigt, da ist in der Prostata Krebs. Was anderes ist es zum Beispiel beim Nierenkrebs. Da können wir viel besser umgehen mit diesen bildgebenden Verfahren. Hier gibt es das leider nicht. Es gibt aber neue Erkenntnisse, neue Entwicklungen beim Ultraschall. Es gibt Computermodelle, die das verbessern können. Es gibt eine sogenannte Elastographie. Das heißt, Sie können sich so vorstellen, als wenn Sie die Prostata zusammendrücken und aufgrund des Widerstandes, die bei diesem Zusammendrücken entsteht, dann härtere Areale, das können Prostata Krebsareale sein, eher erkennen. Man kann versuchen, mit Kontrastmittel, so ein Ultraschallkontrastmittel zu arbeiten. Man kann es versuchen, in der Kernspintomographie mit Kontrastmittel zu arbeiten. Dort gibt es vielversprechende Ergebnisse. Und wir können aber noch nicht sagen, dass die klassischen Untersuchungsmethoden von diesen neuen Untersuchungsmethoden abgelöst werden. Sie sind erstens sehr teuer, zweitens unangenehm. Die Kernspintomographie kann für den Patienten unangenehm sein. Und drittens, sie müssen sich erst noch bewähren. Es dauert bei medizinischen Verfahren häufig sehr lange, bis ein bewährtes Verfahren von einem neueren, vielleicht besseren Verfahren abgelöst wird. Es muss überall auch verfügbar sein. Das kann man auch nicht sagen, dass es nur an Universitätskliniken verfügbar ist und in den anderen Kliniken, in den anderen Praxen geht es nicht. Das muss man sagen. Das heißt, deswegen müssen dort laufen sehr viele Studien im Moment. Und man wird in einigen Jahren sicherlich sagen können, das ist ein gutes Verfahren und das ist ein weniger gutes Verfahren. Wie weisen wir jetzt ein Prostatakarzinom üblicherweise nach? Durch Gewebeproben. Wie kommen wir an die Gewebeproben entnommen? Das sind die sogenannten histologischen Untersuchungen, also die feingeweblichen Untersuchungen. Es wird meistens durch die sogenannte Prostatastanze oder Prostatabiopsie entnommen. Das heißt, wir entnehmen Gewebe aus definierten Arealen der Prostata. In ganz seltenen Fällen haben wir das Gewebe natürlich auch, wenn wir Patienten operieren, die schlecht Wasser lassen können. Wenn wir sozusagen die Aushobelung der Prostata machen, dann haben wir natürlich ganz viel Gewebe. Nur die Krebszellen sitzen zumindest am Anfang meistens nicht im Inneren der Prostata, dort wo sie das Wasserlassen behindern, sondern in der Außenzone. Und da kommen wir bei der Operation in der Regel gar nicht hin. Die Prostata-Biopsie wird in der Regel ambulant, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ambulant in örtlicher Betäubung durchgeführt. Es kann durch ein Betäubungsgel geschehen, es kann durch eine örtliche Spritze, die man also dann an in der Nähe der Prostata setzt, gemacht werden. Ganz wichtig dabei Antibiotika. Man macht es durch den Enddarm. Ich zeige Ihnen dann gleich noch ein Schaubild. Im Enddarm sind ganz viele Bakterien und die dürfen wir natürlich bei der Prostata-Biopsie nicht in die Prostata hinein buxieren, weil sie dann eine Prostata-Entzündung haben könnten. Das heißt, um die Prostata-Biopsie herum muss der Patient ein Antibiotikum nehmen. In Studien ist gezeigt worden, Fieber kann bis zu 4% auftreten, also 4 von 100 Patienten haben Fieber. Und 0,8% können sogar stationär deswegen aufgenommen werden. Es ist kein einfacher, es ist ein einfacher Eingriff, aber es ist kein unproblematischer Eingriff, den man einfach mal so macht. Die Zukunft wird vielleicht sein, dass wir kernspinnengesteuert eine Biopsie entnehmen können, viel gezielter. Und dass wir eventuell im Blut zirkulierende Tumorzellen nachweisen können. Dass wir also dann über einfachere, nicht so eingreifende, nicht invasive Maßnahmen viel Information kriegen. Entschuldigung, Herr Dr. Kragen, ich muss mich mal ganz unscharmant zu Wort melden. Bitte. Aber Ihre Kollegen wollen auch noch was sagen und wir wollen noch eine kleine Diskussion anhängen. Sie haben kräftig überzogen im Augenblick. Können wir erstmal eine kleine Pause machen? Kein Problem. Besten Dank. In der Diskussion ergeben sich bestimmt noch Möglichkeiten, diese Bilder auch zu zeigen. Dankeschön. Darf ich jetzt Herrn Professor Björn Volkmer ans Mikrofon bitten und herzlichen Dank nochmal, Herr Dr. Kragen. Applaus Damit können Sie starten. Ja, weh. Achso. Können Sie nochmal? Okay, lassen wir das mal herstellen. So, jetzt erstmal von meiner Seite auch nochmal. Seien Sie ganz herzlich begrüßt. Ich finde es Wahnsinn. Wir hatten bei den Kasseler Gesundheitstagen eine Veranstaltung zum Thema Prostatakarzinom. Da wäre die erste Reihe gerade mal anwesend gewesen. Und von daher bin ich extrem begeistert, wie viele Interessierte hier sind. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt alle beim Herrn Kragen in der Praxis gewesen. Herr Kragen hat bei Ihnen den PSA-Wert bestimmt, hat eine Gewebsprobe genommen und hat jetzt bei jedem Einzelnen von Ihnen einen Prostatakrebs gefunden. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es eine Therapie für alle? Sind alle gleich? Oder gibt es individuelle Therapien für jeden Einzelnen, abgestimmt nach bestimmten Kriterien? Und Sie sehen allein an diesem Buch, das ich jetzt mal mit hergeschleppt habe, das ist so das kleine Handbuch Prostatakarzinom. Da geht es nur um Prostatakarzinom. Das wäre bei weitem nicht so dick, wenn es nur eine Standardtherapie gäbe. Das Entscheidende für uns ist es, ganz individuell den Patienten zu sehen, den Tumor, den er hat, zu sehen, aber auch seine Begleiterkrankungen, seine allgemeinen Umstände und für ihn individuell das beste Therapiekonzept zu machen. Deswegen ist für uns die Gewebsprobe, die vorher abgenommen wird, so eine wichtige Untersuchung. Bei der Gewebsprobe werden 10 bis 12 Stellen der Prostata biopsiert. Wir kriegen also eine Information, nicht nur, ob da ein Krebs überhaupt drin ist, sondern wir erfahren, wie viele von den 10 Gewebsproben sind befallen, an welcher Stelle sind die befallenen Gewebsproben und was der Pathologe uns noch zusätzlich sagt, und das ist die wichtigste Information, wie bösartig ist der Krebs. Sie alle kennen noch Herrn Hacketal, der damals ganz plakativ gesagt hat, es gibt den Haustierkrebs und den Raubtierkrebs. Es gibt bei der Prostata Krebse, an denen stirbt man nicht, mit denen stirbt man irgendwann. Das sind die sogenannten Haustierkrebse, die wahrscheinlich überhaupt keine Therapie brauchen. Und wir haben auf der anderen Seite die hochaggressiven Krebse, die, wenn man sie nicht ganz frühzeitig sehr aggressiv behandelt, schnell zum Tode führen können. Und die Kunst ist es jetzt, die einen von den anderen zu unterscheiden. Und da hängen wir jetzt mit allen bildgebenden Verfahren, also wenn wir eine Kernspintomographie oder ein Ultraschall oder auch eine Tastuntersuchung machen, dann stellen wir zwar fest, da ist was auffällig, aber welche Sorte Tumor das ist, das erfahren wir nicht. Das Gleiche trifft auch die Tumorzellen, die möglicherweise im Blut schwimmen, die man rausfiltern kann. Es gibt den sogenannten PCA3-Test, von dem vielleicht der eine oder andere von Ihnen mal gehört hat. Bei dem Test massiert der Urologe mit dem Finger ein bisschen die Prostata, anschließend gibt der Patient Urin ab. Im Urin schwimmen Prostatazellen und man kann feststellen, ob diese Prostatazellen im Urin ein bestimmtes Gen, ein bestimmtes Eiweiß, das für Prostatakrebs typisch ist, haben oder nicht haben. All das sind Untersuchungen, die uns helfen, rauszukriegen, ob der Patient einen Prostatakrebs hat oder nicht. Aber sie helfen uns nicht bei der Entscheidung, ob das ein harmloser oder ein aggressiver Prostatakrebs ist. Was der Pathologe als Hilfestellung uns anbietet, ist den sogenannten Gleason-Score. Der Gleason-Score ist eine Einteilung in der Bösartigkeit des Prostatakrebses. Die geht von zwei, das sind die harmlosesten, bis zehn, das sind die mit Abstand aggressivsten. Sprich, je höher die Zahl ist, desto aggressiver, desto schneller wächst der Tumor. Und umgekehrt, je niedriger die Zahl ist, desto eher ist es ein Patient, den man vielleicht nur beobachten muss oder wo man überhaupt nichts tun muss. Wir haben bei der Therapie des Prostatakrebses grundsätzlich natürlich immer uns zu überlegen, wenn sich ein Patient jetzt erstmalig mit einem Prostatakrebs vorstellt, müssen wir wissen, ist es ein Frühstadium? Frühstadium, sprich, der Tumor sitzt nur da, wo die Prostata sitzt, oder hat er vielleicht schon gestreut in die Lymphknoten, in die Knochen oder in andere Organe? Lymphknoten oder Knochen sind die Stellen, wo ein Prostatakrebs am liebsten oder am ehesten streut. Wenn der Tumor auf die Prostata beschränkt ist, also ein Frühstadium ist, haben wir eine Chance, den Tumor mit einer lokalen Therapie zu behandeln und zu heilen. Lokale Therapie wäre eine Operation, aber wäre auch eine Strahlentherapie. Und bei der Strahlentherapie gibt es zwei Formen, über die wir sprechen müssen. Das eine ist die Strahlentherapie von außen, das heißt, der Patient liegt in einem Gerät und von außen kommen die Strahlen und werden auf seine Prostata gebündelt. Oder die Brachytherapie, das heißt, es werden radioaktive Nadeln in seine Prostata hineingespickt, die die Prostata von innen bestrahlt. Die bleiben dann praktisch für immer im Patienten drin. Das wären die lokalen Behandlungsformen. Ist der Tumor dagegen gestreut oder metastasiert oder kommt nach einer vorhergehenden Therapie der Tumor wieder? Dann müssen wir den Tumor als eine Ganzkörpererkrankung sehen, die auch eine Ganzkörpertherapie braucht. Sprich, Operation oder Strahlentherapie nur in Ausnahmefällen oder wenn es an einer Stelle ein lokales Problem gibt. Stattdessen eher Hormontherapie oder vor zehn Jahren hat man darüber noch nicht gesprochen, heute reden wir regelmäßig drüber oder dann auch Chemotherapie. Das heißt, die Therapiekonzepte müssen am Anfang einmal festgelegt werden, wenn die Diagnose gestellt worden ist. Können wir einen Prostatakrebs lokal behandeln und heilen oder können wir den Krebs zwar für viele Jahre im Griff halten, aber nicht komplett wegkriegen? Was ich den Patienten immer versuche, klarzumachen, ist, dass sie sich dann, dass dann ein metastasierter Prostatakrebs noch lange kein Todesurteil sein muss. Der längste Verlauf, den ich persönlich kenne, und Herr Kran kennt solche Fälle auch aus der Praxis, der längste Verlauf, den ich persönlich kenne, mit Knochenmetastasen, ging 40 Jahre. Der hat natürlich Schwein gehabt, kein Thema. Wir kennen auch genügend Fälle, die viel schneller gehen. Aber eine Metastasierung ist noch lange kein Todesurteil. Wir haben heutzutage Behandlungsmöglichkeiten, die die Behandlung über viele Jahre erstrecken können. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie heute einen Patienten mit Metastasen, ich sage mal, im Alter von 80 Jahren feststellen, dann können wir, selbst wenn der metastasiert ist, sagen, der stirbt wahrscheinlich nicht am Prostatakrebs, sondern mit ihm. Ich möchte vielleicht noch mal anknüpfen an das, was Herr Kran zur Vorsorge gesagt hat. Es gibt ein sehr gutes Beispiel hier im Großraum Kassel. Das ist die Volkswagen AG. Die Volkswagen AG ist dazu übergegangen, bei allen ihren Mitarbeitern PSA-Werte zu kontrollieren. Und ich kenne die PSA-Werte aus dem vergangenen Jahr. Dort ist es so, von 2000 Mitarbeitern waren 60 dabei, die einen PSA-Wert größer als 2 hatten. 12 hatten einen Prostatakrebs. Von denen, die einen Prostatakrebs hatten, waren immerhin 3 von den 12 jünger als 50. Keiner von denen wäre jemals aufgefallen, keiner von denen wäre freiwillig jemals zum Urologen gegangen, wenn der PSA-Wert nicht bestimmt worden wäre. Dass für einen in der Altersklasse unter 50 ein Prostatakrebs, selbst wenn er behandelt wird, irgendwann mal durch die Länge der Lebenserwartung, der hat ja noch 40 Jahre Lebenserwartung, irgendwann gefährlich werden kann, ist kein Thema. Es gibt ja Empfehlungen, die zum Beispiel sagen, mit der Prostatakrebsvorsorge soll man aufhören mit etwa 75. Nach dem Motto, ist der Patient älter als 75 und der Prostatakrebs wird erst im späten Stadium entdeckt, kann man ihn immer noch so lange behandeln, dass der Patient genauso lange lebt, als hätte er nie einen Prostatakrebs gehabt. Was mir dabei wichtig ist, ist es, Sie können nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Sie kennen genauso den 75-jährigen Pflegefall, bei dem braucht man sicherlich keine Prostatakrebsvorsorge, und den 75-Jährigen, der jeden Tag noch 40 Kilometer mit dem Rad fährt und wahrscheinlich eher das Alter von einem Johannes Hesters anstrebt, sofern er nicht vom Auto überfahren wird. Also deswegen, wir müssen uns die Menschen angucken und individuell entscheiden. Ich zeige Ihnen jetzt ein bisschen was zu den verschiedenen Therapieformen des Prostatakrebses. Wenn Sie sich dieses Dia angucken, zeigt Ihnen das. Das muss ich eben gucken, wie man ist. Hier. Wir haben also die Patienten mit einem Frühstadium, für die kann ich anbieten in die Operation, die Strahlentherapie, die Brachytherapie, das ist also diese Strahlenbehandlung mit den radioaktiven Nadeln, oder in einer ausgewählten Gruppe sogar eine aktive Überwachung. Das heißt, diese Patienten werden überhaupt nicht operiert, sondern denen sagt man, okay, wir wissen jetzt, du hast einen Prostatakrebs. Dieser Prostatakrebs ist klein, er ist keiner von den ganz extrem aggressiven, und dein PSA-Wert ist noch nicht besonders hoch. Wenn wir dich jetzt engmaschig kontrollieren, dann verpassen wir nicht den richtigen Zeitpunkt, doch aktiv zu werden. Aber vielleicht können wir bei dir die Behandlung deines Prostatakrebses noch um ein paar Jahre hinaus zögern. Vielleicht sogar lebenslang hinaus zögern. Diese aktive Überwachung ist eine Behandlungsform, die aus Skandinavien mehr oder weniger jetzt hier nach Deutschland rübergeschwappt ist. Und die soll ein bisschen auch berücksichtigen den Aspekt, dass wir häufig Prostatakrebse übertherapieren. Dass wir Patienten operieren, die eigentlich gar keine Therapie gebraucht hätten. Ich sage Ihnen ganz klar, für mich ist es eine der größten Niederlagen, einen Patienten zu haben, bei dem eine Gewebsprobe positiv war. Dann operiere ich ihm die Prostata raus, und am Ende findet der Pathologe in der Prostata keinen Tumor mehr. Weil offensichtlich der Tumor so klein war, dass er mit der Stanze schon entfernt war. Das ist eine klassische Übertherapie. Wenn sich so ein Fall durch irgendetwas im Vorfeld vermeiden lässt, sollte man das auf jeden Fall tun. Wenn wir auf der anderen Seite einen Patienten mit einem metastasierten Tumor haben, dann haben wir in erster Linie die Hormontherapie, wir haben aber auch schmerzhaften Metastasen, die Strahlentherapie. Dann bestraft man also nicht die Prostata, sondern eher die Stelle, die weh tut. Irgendwelche Knochenmetastasen zum Beispiel. Und wir haben natürlich auch die ganzen Aspekte der Palliativmedizin, also alle anderen Maßnahmen, die jetzt keine direkte Tumortherapie sind, um seinen Zustand zu verbessern. Und was wir dazwischen hier noch haben, sind die Patienten, die wir zunächst operiert haben, von denen wir gedacht haben, so den haben wir jetzt geheilt. Und der kommt nach zwei, fünf, zehn oder auch 15 Jahren wieder und sagt, mein PSA-Wert steigt wieder an. Denn dafür ist der PSA-Wert perfekt. Der PSA-Wert nach einer geheilten Therapie, wenn die Prostata entfernt ist, der Krebs entfernt ist, sollte runtergehen und unten bleiben. Und wenn er dann irgendwann wieder ansteigt, dann müssen wir uns auf die Suche machen, ob möglicherweise hier eine Metastase vorliegt. Und dann können wir eben gucken, kann ich den Tumor identifizieren, lokalisieren, dann kann ich ihn vielleicht sogar operieren oder bestrahlen oder beginne ich dann mit einer Hormonbehandlung. Nur dafür wollen wir dann natürlich wissen, wo sitzt er tatsächlich. Ich überspringe jetzt hier kurz zwei Dias. Dieses Dia ist mir immer noch wichtig. Wir hatten vorhin gesagt, PSA-Wert von vier bedeutet, wir haben, wenn wir alle Gewebsproben zusammennehmen, eine 25% Trefferquote. Aber hier bei denen zwischen 2,5 und 4 liegen wir auch schon bei einer Prostatakrebsrate von 18%. Das heißt also, bitte halten Sie sich nicht an dem Wert von 4 fest im Rahmen der Vorsorge. Wichtiger ist es, frühzeitig anfangen, PSA-Werte zu bestimmen und sie im Verlauf zu kontrollieren. Kurzen Moment. Die Therapie des Prostatakrebses beim lokal begrenzten Krebs, das, was am meisten unter Urologen diskutiert wird, weil über die Operation sind wir uns alle einig, aber wo am meisten diskutiert wird, ist diese aktive Überwachung. Die ist nur für einen ganz ausgewählten Teil von Patienten möglich. Nämlich diejenigen, bei denen bei Diagnosestellung der PSA-Wert unter 10 ist, der Gleason-Score unter 7, und die höchstens ein oder zwei Gewebsproben befallen haben und nicht mehr als 50 Prozent pro Stand sind. Nur bei denen darf ich sagen, deinen Tumor beobachte ich jetzt, ich operiere dich nicht, ich bestrahle dich nicht, wir beobachten, um keine Kollateralschäden zu machen und nur wenn im Verlauf es irgendwelche Probleme gibt, der PSA-Wert ansteigt, dann operieren wir vielleicht oder bestrahlen später, aber was dazu gehört ist, bei diesen Patienten alle 12 bis 18 Monate muss man eine neue Gewebsprobe machen, einfach um sicherzugehen, dass der Tumor nicht größer oder aggressiver wird. Die radikale Prostata-Entfernung ist das, was jeder von Ihnen sicherlich schon mal gehört hat, ist die Standard-Operation beim Prostatakrebs. Das heißt, ich habe die Situation, jetzt muss ich gucken, ich habe hier das Bild, ich habe hier die Blase, darunter sitzt die Prostata und durch die Prostata hindurch zieht die Harnröhre, hier in den Penis. Wenn ich die Prostata jetzt entferne, hat erst mal am Ende der Operation die Harnröhre keine Verbindung mehr zur Blase, ich muss die beiden wieder aneinander anschließen. Diese Prostata-Entfernung kann ich über verschiedene Zugangswege machen. Zugangsweg 1 ist ein Schnitt zwischen Bauchnabel und Symphyse, also hier vorne genau in der Mittellinie. Zugangsweg 2 ist vom Damm aus, also ein Schnitt zwischen After und Hodensack, so ein bogenförmiger Schnitt. Möglichkeit 3 ist eine Laparoskopie, eine Bauchspiegelung. Möglichkeit 4 als Abwandlung der Bauchspiegelungsoperation jetzt inzwischen mit einem sogenannten OP-Roboter. Das ist praktisch auch wie eine Operation mit Bauchspiegelung, nur dass der Operateur die Griffe nicht selber in der Hand hat, sondern ein Automat sie führt und der Operateur sitzt praktisch an so einer Videokonsole, wie Sie das so von den Videospielen vielleicht kennen. Der Effekt, was dabei gemacht wird, ist immer das Gleiche. Es wird die Prostata entfernt, sie wird unten von der Harnröhre abgeschnitten, sie wird oben von der Blase abgeschnitten und die beiden werden wieder aneinander genäht. Dann dauert es eine bestimmte Zeit, bis die beiden miteinander wasserdicht verheilt sind und wenn sie wasserdicht verheilt sind, kommt der Katheter raus und das ist als solches erst mal die Operationsmethode. Die Operation hat, also wie gesagt, das sind die Zugangswege, wird heutzutage in Vollnarkose durchgeführt, dauert, egal mit welcher Technik man sie macht, etwa zwei bis zweieinhalb Stunden. Der Patient ist im Regelfall heutzutage so lange im Krankenhaus, bis diese Nahtstelle zwischen Blase und Harnröhre wasserdicht abgeheilt ist, sprich etwa eine Woche, dann wird der Katheter entfernt und wir empfehlen allen Patienten im Anschluss an die Operation eine etwa dreiwöchige Reha-Maßnahme, um den Schließmuskel, der einer der wichtigsten Faktoren ist, als Folge der Operation intensiv zu trainieren. Das Problem bei dieser Operations, bei allen Operationsmethoden der Prostata, und zwar egal, wie sie es operieren, ist das Problem, dass sie den Schließmuskelapparat und den Verschlussmechanismus der Harnröhre und der Blase beeinträchtigen. Sprich, jeder Mann hat zwei Schließmuskel, einer sitzt oberhalb der Prostata, der wird vom Gehirn aus gesteuert, wird nicht vom Gehirn aus gesteuert, sondern auf Reflexbasis, der ist dafür verantwortlich, dass sie alle jetzt dicht sind. Der zweite Schließmuskelapparat sitzt unterhalb der Prostata, wird vom Gehirn aus gesteuert. Der ist zum Beispiel dafür verantwortlich, wenn sie Wasser lassen wollen, dass sie zwischendurch zukneifen, den Strahl unterbrechen können. Nach der Operation funktioniert auf jeden Fall noch der untere Schließmuskel, der obere nur noch zum Teil. Sie müssen also praktisch den Schließmuskel, den sie vom Gehirn aus steuern können, so trainieren, dass sie ihn zukneifen, auch dann, wenn sie gar nicht dran denken. Das ist eine Trainingsübung und ich vergleiche es immer damit, so wie ein Kind lernt, eine Schleife zu binden am Schuh, am Anfang macht man jeden Handgriff einzeln und heute als Erwachsener macht man wupp, ist fertig, aber wehe, man wird zwischendurch unterbrochen, da muss man wieder bei null anfangen, weil es heutzutage ein Ablauf ist, den man macht, ohne nachzudenken. Durch die intensive Beckenbodengymnastik sind die Patienten im Regelfall, also 98% der Patienten nach einem Jahr gut Kontinent, so dass sie selber mit dem Ergebnis zufrieden sind. Viele Patienten schon viel, viel früher, aber es kann bis zu einem Jahr dauern, bis das Optimum an Kontinenz erreicht ist. Ich will Sie jetzt hier nicht mit den OP-Schritten, Sie brauchen das nicht zu Hause nachmachen zu können, langweilen, was mir wichtig ist, also so sieht so ein OP-Roboter aus, das Recht ist der OP-Roboter, das hier ist dann die Videokonsole, es hat schon Operationen gegeben, wo der Operateur in Frankreich saß und der Patient, der operiert wurde, lag in den USA auf dem OP-Tisch, wobei Sie natürlich immer erst die Löcher machen müssen, um das Instrument einzuführen, wie gesagt, so sieht so ein Roboter aus, Vorteil hat das Ganze nur an den ersten zwei Tagen nach der Operation, in den USA wird fast alles mit so einem Roboter operiert, weil in den USA sind die Krankenhäuser mehr oder weniger gezwungen, alle Patienten am Tag nach der Operation zu entlassen, in Deutschland liegt der Patient im Schnitt sieben bis acht Tage, also wenn es der Wunsch besteht, am Tag nach der Operation nach Hause zu gehen, empfehle ich jedem, sich vom Roboter operieren zu lassen, ansonsten gibt es keinerlei Vorteile dieser OP-Methode, aber sie wird extrem beworben und in den USA gehen die Leute dann meistens ins Hotel auf der anderen Straßenseite und lassen sich von dort aus noch weiter behandeln. Wie gesagt, so sitzt der Operateur, das Einzige, was er nicht darf, ist zwischendurch mit dem Kaffee kleckern. Das zweite Problem außer der Harninkontinenz, was man bei der Operation ansprechen muss, ist das Thema Impotenz. Direkt hinter der Prostata laufen Nerven, zwar dieses Nervengeflecht hier, das hinter der Prostata und der Blase verläuft, diese Nerven sind die Verbindung vom Gehirn runter zum Penis, wenn es um die Auslösung einer Gliedsteife geht. Also die sind nicht verantwortlich für das Gefühl im Penis, für das Orgasmusgefühl, sondern sie sind dafür verantwortlich, dass überhaupt eine Gliedsteife kommt. Und sie können mit speziellen OP-Techniken versuchen, diese Nerven praktisch drin zu lassen, aber die Prostata trotzdem rauszunehmen. Das können sie aber nur machen, wenn es sich um ein Frühstadium handelt. Je fortgeschrittener der Tumor ist, desto radikaler müssen sie sein. Wenn Sie sich das hier im Querschnitt angucken, das hier soll die Prostata sein, hier hinten ist schon der Enddarm, dazwischen haben sie 5 Millimeter höchstens. Und genau in dem Zwickel dazwischen liegen hier diese Nerven. Das heißt, wenn Sie die Nerven erhalten, schneiden Sie ganz dicht an der Prostata Oberfläche. Wenn der Tumor aber schon fortgeschritten ist, riskieren Sie, damit Tumor drin bleibt. Und das geht unter den Umständen nur, wenn der Tumor wirklich im absoluten Frühstadium behandelt wird. Können die Nerven erhalten werden, dann ist es so, dass 20 bis 25 Prozent der Patienten ohne Hilfsmittel, ohne Medikamente normale Erektionsfähigkeit haben oder wieder bekommen. Weitere, etwa 50 Prozent der Patienten, 50 bis 60 Prozent haben die Situation, dass wenn Sie Viagra, Cialis, ich mache jetzt hier keine Werbung, Levitra, damit habe ich glaube ich alle genannt, wenn Sie das einnehmen, dass dann die Gliedsteife ausreichend stark kommt. Aber es wird trotz allem immer etwa die besten Prognosen sagen 5 Prozent, die schlechtesten sagen 25 Prozent von Patienten geben, obwohl man die Nerven erhalten hat, die trotz allem Erektionsstörungen haben, die dann auf andere Hilfsmittel übergehen müssen. Lymphknoten nimmt man in den meisten Fällen mit raus, weil wir einfach gesehen haben, dass die Rate von Lymphknoten Metastasen, je nachdem wie bösartig der Tumor ist, je hoch der PSA-Wert ist, bei bis zu 64 Prozent liegen kann. Ich gehe noch kurz auf die Strahlentherapie ein. Die Operation, wie gesagt, das ist eine einmalige Sache, dauert zweieinhalb Stunden, ist damit durch. Eine Strahlentherapie, müssen Sie sich vorstellen, ist nicht eine Therapie, die einmal an einem Tag gemacht muss die Strahlendosis in vielen kleinen Portionen abgeben. Früher hat man Strahlendosis von etwa 56 bis 60 Gray gegeben, inzwischen sind wir bis 76 Gray hoch. Das heißt, eine solche Strahlentherapie, hier ist das Gerät, in dem der Patient dann liegt, bedeutet, dass ausgerechnet wird mit einem CT, wo genau die Prostata ist und dann werden Strahlen aus verschiedenen Richtungen, von gegeben, die sich alle im Bereich der Prostata kreuzen und dort eine Strahlendosis abgeben, mit etwa einer Behandlung von sieben Wochen Dauer, montags bis freitags jeden Tag. Und nach diesen etwa 35 Sitzungen hat der Patient insgesamt 70 bis 74 Gray Strahlendosis auf die Prostata bekommen. Was Sie nicht mit dieser Dosis bestrahlen können, sind die Lymphknoten. Das heißt, der Patient mit hohem Potenzial an Lymphknoten mit das lassen, die kriegen sie mit einer Bestrahlung nicht, weil sie da die Gefäße, die für die Durchblutung des Beines zuständig sind, unmittelbar neben den Lymphknoten haben und die würden eine solche hohe Strahlendosis nicht vertragen. Die Alternative zur Strahlentherapie von außen ist die Brachytherapie und hier haben sie das einmal dargestellt. Es werden dazu den Patienten in Narkose Nadeln vom Damm aus in die Prostata hineingestochen, in eine hohle Nadel und in die hohle Nadel werden dann diese kleinen radioaktiven Stäbchen reingeschoben, da wird die Nadel rausgezogen und die Stäbchen bleiben drin. Das ist eine Behandlung, die wird einmal durchgeführt. Der Vorteil ist, sie kriegen in der Prostata eine sehr hohe Strahlendosis Der Vorteil ist, die Prostata bleibt drin, die Strahlendosis ist sehr hoch, es ist eine einmalige Behandlung. Der Nachteil ist, die Prostata darf nicht zu groß sein, weil wenn sie über 60 Milliliter hinaus geht, kriegen sie einfach nicht mehr ihre Nadeln überall hin, da ist einfach die Öffnung vom Damm aus zu klein, um alle Bereiche zu erreichen. Zweitens Patienten, die vor Echtprobleme kriegen. Und der dritte Punkt ist, dass es für den Fall, dass ein Patient bestrahlt worden ist und später der Tumor, aber man feststellt, dass der Tumor nicht ganz weg ist, dann können sie praktisch nicht mehr operieren. Das heißt, rein technisch würden sie es noch hinkriegen, aber der Patient hat dann eine mindestens 50%ige Wahrscheinlichkeit für den Rest seines Lebens inkontinent zu sein. Deswegen ist also jede dieser Methoden mit Vor- und Nachteilen behaftet. Klar, die Brachytherapie und die Strahlentherapie können auch vorübergehend Beschwerden machen, wie eine Blasenentzündung, wie eine Enddarmentzündung. Das heißt, der Patient hat häufigen Stuhldrang, häufigen Harndrang. Der erste Patient, den ich mit der Brachytherapie behandelt habe, kam eine Woche nach der Behandlung zu mir wieder und hatte blaue Flecken von oben bis unten. Da habe ich ich hatte einen häufigen Harndrang, musste nachts sieben, acht Mal raus und habe dann in der dritten Nacht, weil es nicht mehr ging, einfach eine Schlaftablette genommen. Musste dann aber trotzdem raus, bin aber so schlafbetrunken gewesen, dass ich statt rechtsrum ins Bad linksrum die Treppe runtergefallen bin. Das sind natürlich Nebenwirkungen, die stehen in keiner Aufklärung. Was Sie wissen müssen, ist, die Strahlentherapie macht vorübergehend irritative Beschwerden, Reizbeschwerden auf den Darm, auf die Blase, weil der Darm kriegt immer von der Bestrahlung was mit ab. Langfristig verschwinden die aber wieder. Und unser Ziel muss es sein, hier für jeden Patienten mit seinem Tumor die bestmögliche Behandlungsform auszuwählen. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Sonst hätte ich meinen Charme nochmal spielen lassen müssen. Herzlichen Dank, Herr Professor Volkmar. Herr Dr. Bopert, können Sie sich kurz fassen? Seien Sie doch mal so nett. Ja, Sie kennen sich aus im Gesundheitswesen, wir müssen uns kurz fassen. Ich muss trotzdem Sie nochmal gerade mit ein paar Bilderchen erfreuen. Moment, wo haben wir es denn? PSA? Gucken Sie mal gerade, dann mache ich da mal den Entertainer. Ich möchte Sie gerne so ein bisschen auf den Boden zurückholen. Das ist ja auch so ein bisschen die Aufgabe von Hausärzten. Die meisten von Ihnen haben mindestens ein, wahrscheinlich drei Krebse. Davon werden Sie nichts merken. Wir wissen, dass ungefähr ein Drittel der Bevölkerung Schilddrüsenkrebs hat. Wir wissen, dass ungefähr ein Drittel der Bevölkerung Darmkrebs in kleiner Vorstufe mit sich herumträgt. Wir wissen, haben wir eben schon gehört, 80 Prozent der 80-Jährigen haben Prostatakrebs. Sie haben eben auch schon gehört, nicht jeder wird daran sterben. Das heißt, unser definitorisches Problem ist es, herauszufinden, was ist denn nun eigentlich das, was wir mit Krebs meinen und was ist das, was ein Wissenschaftler meint, wenn er sagt, ich habe Krebs gefunden. Und Sie haben eben auch schon vom Professor Volkner gehört, wie schwierig das ist aus dem Gewebe alleine zu sagen, das ist jetzt böser oder das ist jetzt guter Krebs, Haustier- oder Raubtierkrebs. Schwierige Unterscheidung, die wir heute noch nicht vollständig beherrschen und das macht es so unsicher, verunsichernd damit zu leben. Ich sage Ihnen ganz bewusst, dass eben Sie mehrere Krebse mit sich herumschleppen, um Ihnen deutlich zu machen, wir haben ein Immunsystem, was mit den meisten dieser Abwandlungen von normalen Zellen klarkommt. Warum wir es manchmal nicht können, mag an Infektionen liegen, also dann, wenn Webe besonders wächst, mag auch an anderen Dingen liegen, wir wissen es schlicht und einfach nicht immer. Ich habe versprochen, schnell zu sein, das heißt, ich hüpfe mal einfach so ein bisschen weiter. Meine hausärztliche Aufgabe im Rahmen des Prostatakrebses ist so, wie der Dr. Kahn schon gesagt hat, die Vorsorge alle Jahre ab 45 ist möglich. Sie sehen hier einen Text, den der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes des Bundes der Krankenkassen ins Internet gestellt hat und damit begründet er, warum die Krankenkassen diesen PSA-Test nicht bezahlen. die sagen, es ist eindeutig, dass dieser PSA-Test und die Folgen davon Schaden verursachen können, aber die Krankenkassen sehen im Moment nicht, wo der Nutzen ist. Die Frage ist, gilt das noch oder sind die Krankenkassen auf dem falschen Dampfer? Und ich habe Ihnen jetzt einfach mal die Studienergebnisse mitgebracht, das ist die europäische Studie, die Sie benannt haben, die ist nochmal nachrevidiert worden, die ist jetzt gerade erst veröffentlicht worden, dort hat man nach 10,5 Jahren im Durchschnitt nochmal geschaut, was ist denn aus den Teilnehmern der ursprünglichen Studie geworden. Sie wissen, oder Sie haben eben gehört, es gibt die amerikanische Studie, die etwas kleiner war, etwas verunreinigter und die keine Vorteile für ein Prostata-Screening gezeigt hat und es gibt die bessere Studie, die europäische mit den 122.000 Teilnehmern. Das ist diese Studie, das heißt, da ist was rausgekommen. Wie viele, ich habe das auf 1000 Patienten umgerechnet, einfach um das plastischer zu machen, das lässt sich leichter darstellen. Also von 1000 Männern zwischen 55 und 70 Jahren, das waren die Studienteilnehmer, werden ohne PSA-Screening 5 an Prostata-Karzinom Sterben. Das heißt, wenn ich hier richtig durchgezählt habe, würde das bedeuten, in diesem Raum, hier einer wird an Prostata-Krebs sterben. Die besten und neuesten Studienergebnisse sagen, ich muss 1000 Männer zwischen 55 und 70 Jahren 10 Jahre lang alle 4 Jahre untersuchen und das PSA bestimmen, wobei die eine Variante gemacht haben, die haben den Cut-off des Testes nicht bei 4 Nanogramm, sondern noch etwas empfindlicher bei 3 Nanogramm pro Milliliter gemacht. Das heißt, das ist etwas empfindlicher als der heute bei uns verwendete oder üblicherweise verwendete Test. Dabei hat man dann ein Drittel der Männer entdeckt mit einem Krebs sozusagen oder mit Verdacht, nein, die hatten ja keinen Krebs, das heißt, ein Drittel hier im Saal hätte Prostatabiopsien zu machen, um herauszufinden, ob der Verdacht sich bestätigt. Von den 1000 Männern werden dann 65 Prostatakrebse über diesen Weg entdeckt, weitere 30, also die Hälfte nochmal dazu, fallen zwischendurch auf, weil der Test sie nicht entdeckt hat. Die waren im Prostatawert, also PSA-Wert, nicht auffällig gewesen und sind demzufolge auch nicht zur Biopsie gekommen. Alle 95, also die 60 und 30 zusammen werden behandelt in dieser Studie. Das bedeutet, dass von den ursprünglich 5 Sterbenden an Prostatakrebs nur noch 4 sterben werden. Der eine Gerettete wird im gleichen Alter an etwas anderem sterben. Das heißt, die Lebenserwartung derjenigen, die an diesem Test teilnehmen, wurde in dieser Studie statistisch nicht verändert. Und das ist der Grund, warum die Krankenkassen bis heute sagen, dieser PSA-Test ist zwar nett, aber das ist jedem sein Vergnügen und jeder muss sich selber entscheiden, ob er sich darauf einlässt. und ich glaube, es geht in dem Fall um die Frage nicht nur sich zu überlegen, will ich diesen PSA-Test haben, sondern will ich diese Prozeduren haben, die dann dahinter stehen. Und das ist das Schwierige und das kann letztendlich nur jeder selber entscheiden, weil sie haben die Möglichkeit, dass eben sehr viele Haustierkrebse, sie hatten es eben vorhin benannt, entdeckt und behandelt werden, um einen Raubtierkrebs vielleicht früher behandeln zu können und vielleicht besser behandeln zu können. Das heißt, wir sind derzeit als behandelnde Hausärzte oder Fachärzte gehalten, sie optimal aufzuklären. Eine solche Aufklärung erfahren sie heute, sie erfahren die Vor- und die Nachteile und dann müssen sie entscheiden, was sie machen wollen. Ich habe ihnen nochmal die Zahlen, die ich ihnen eben gezeigt habe, auch nochmal auf Papier mitgebracht, die lege ich nach hier hinten aus, dann können sie die nochmal mit nach Hause nehmen, weil in dieser Zusammenstellung gibt es die noch nicht, weil die Studie eben gerade erst veröffentlicht worden ist. Das heißt, Denkanstöße von mir, vielleicht auch für die Diskussion, was ist eine ausreichende Information vor der PSA-Bestimmung, weil eine solche ist Was nützt uns das Wissen über ein vorhandenes Prostatakarzinom? Und dann ist die Frage auch so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen für die Diskussion, ja, wann soll man dann eher abwarten und wann soll man eher schon operieren? Das klang ja eben schon an, dass man da auch Strategien hat, wo man mehr zum einen oder zum anderen neigt. Dann habe ich Ihnen hier nochmal die Häufigkeitszahlen dargelegt, wann es zu Impotenz und zu Harninkontinenz kommt, Pi mal Daumen, hatten Sie ja schon gesagt, in den besten Fällen 20% und drunter, wenn man gut operieren kann. Ja, und ich habe versprochen, schnell zu sein, das bin ich. Herzlichen Dank, Herr Dr. Popott. So, jetzt möchte ich eine kleine Programmänderung bekannt geben. Wir haben 20 Minuten vor Buffalo. Sie wollen ja alle zu Bayern München, nehme ich an. Jetzt kommt noch dran der Herr Heinz Slotowicz von der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Kassel und anschließend würde ich bitten, zwei Minuten, Herr Slotowicz, und dann machen wir eine kleine Podiumsdiskussion hier oben, denn Sie kennen die Fragen, die auch unten von den Herren im Publikum sichergestellt werden und ich möchte Sie bitten, stellvertretend für das Publikum dann die Fragen zu stellen. Können wir uns darauf verständigen? Nicht drücken, einfach reden. Einfach reden, alles klar. Wunderbar, dann schießen Sie los. Ja, gut, also es werden maximal zwei Minuten bei mir, also ich werde deshalb meinen Spickzettel zur Hilfe nehmen, damit ich auch keine wichtigen Einzelheiten vergesse und das nicht unnötig ausdehne. Ich spreche jetzt aus der Sicht noch ein bisschen dichter dran. Ich spreche jetzt aus der Sicht eines Betroffenen und aus der Sicht von betroffenen Männern, die in der Selbsthilfe organisiert sind, mit denen ich ständig zu tun habe. Die Selbsthilfegruppe bietet betroffenen Männern Hilfe an, denn vielen Betroffenen fällt es schwer, über diesen Männerkrebs zu sprechen. In der Gruppe erleben die Männer, dass sie nicht alleine sind, sie erfahren, wie andere Betroffene mit dem Krebs und den Folgen umgehen und wie sie damit zurechtkommen. Die betroffenen Männer gewinnen neue Freunde und lernen, die Krankheit anzunehmen und als Teil des Lebens zu begreifen. Wir tauschen uns über unsere Behandlung und die Nachsorge aus, sprechen über Möglichkeiten, sich zu informieren. Uns ist auch die Erkenntnis wichtig, dass Prostatakrebs keine reine Männersache ist, sondern die Partnerin ebenfalls betrifft. Als Selbsthilfegruppe wollen wir auch dazu beitragen, Männer für die Vorsorge zur Früherkennung zu sensibilisieren, damit der Prostatakrebs möglichst früh erkannt wird und noch erfolgreich therapiert werden kann. Unseres Erachtens ist es sehr bedenklich, dass in Deutschland die Möglichkeit zur Prostatakrebs Früherkennung nur von rund 20 bis 25 Prozent der Männer genutzt wird. 20 Prozent im Westen, 25 Prozent im Osten. Rechtzeitig erkannt, ist Prostatakrebs fast immer heilbar oder gut zu therapieren. Bei Späterkennung leider nicht. Sie haben schon gehört, 60.000 Männer sind jedes Jahr neu betroffen und werden neu diagnostiziert. Zurzeit werden von 100 Männern über 50 Jahren etwa 17 ein Prostatakarzinom entwickeln und drei daran sterben. Deshalb bemühen sich die Selbsthilfegruppen darum zu vermitteln, dass Früherkennung Leben retten kann. Broschüren zur Früherkennung und die Patientenratgeber 1 lokal begrenztes Prostatakarzinom und Patientenratgeber 2 lokal fortgeschrittenes und metastasiertes Prostatakarzinom zur S3-Linie Leitlinie erhalten Sie kostenlos an unserem Infostand im Flur. Die übrigen Einzelheiten können Sie hier sehen. Unsere Gruppe trifft sich also jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr am Selbsthilfetreff Punkt KISS zum Erfahrungsaustausch mit Fragestunde. Unregelmäßig werden Fachreferenten eingeladen und stehen Rede und Antwort. Die schönen Seiten des Lebens pflegen wir anschließend am Stammtisch und bei externen Unternehmungen. Gäste sind auch hierzu herzlich willkommen. Das war hervorragend Herr Stottowitsch wenn Sie noch einen Job suchen Sie könnten als Stoppuhr gehen aber jetzt Herz beiseite ich hatte Ihnen versprochen Sie dürfen die erste Frage stellen haben Sie zu den drei vortragenden Herren sicherlich mehr als eine Frage oder fangen wir mal mit einer an Die Ausführung waren exzellent ich habe nichts zu monieren im Gegenteil wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis untereinander jedenfalls mit den beiden rechts und ich bin der Meinung das Auditorium sollte jetzt möglichst viele Fragen stellen Ja so viel Zeit bleibt uns leider nicht also ich denke aber wenn jemand also wirklich etwas auf dem Herzen trägt ich glaube dem sollten wir die Chance geben deshalb verzichte ich auf weitere Worte Lassen Sie uns doch bitte mal mit einem Punkt anfangen der mich als möglichen Patienten noch bin ich es nicht irritiert hat Herr Dr. Popert hat gesagt denk auch an die Lebensqualität habe ich Sie so richtig verstanden wollen Sie sich unbedingt in Kenntnis der ganzen möglichen Folgen von Untersuchungen dieser Prozedur unterziehen Sie haben vorhin gesagt Herr Professor dass man bei 75 jährigen Patienten möglicherweise sagt nun ist gut mit den Untersuchungen wie muss man das jetzt einschätzen ich bin da ein bisschen irritiert Gott ich finde das ganz schwierig das einzuschätzen also auch für mich selber sage ich mal ganz einfach sagen wir mal so ich habe zehn Jahre lang keine Tests gemacht ich bin jetzt deutlich über 45 wohl wissend wie schwierig das ist sich darüber zu entscheiden aber ich nehme es niemandem übel wenn er den Test haben will ich muss ihn darauf hinweisen und ich muss ihn darauf hinweisen was möglicherweise an Kaskade folgt in dem Moment wenn man einmal einen PSA Test in der Tasche hat denn es ist ja unrealistisch erstens zu sagen ich mache den Test aber dann denke ich nochmal drüber nach weil in der Mehrzahl der Fälle ist es so dass man dann hinterher in einen gewissen Zugzwang kommt das heißt im Grunde ist die Entscheidung dafür in einem Drittel der Fälle Biopsien machen zu lassen gefallen in dem Moment wo sie einen PSA Test machen und dann danach wird man sicherlich zusammen mit dem durchführenden Urologen sich darüber einig werden ob man das eine oder das andere macht das habe ich darüber kann ich Ihnen letztendlich auch nicht sagen da bin ich nicht kompetent meine Kompetenz ist darin erstmal überhaupt zu sagen lieber Mensch ich kann dich informieren darüber was passieren kann ich weiß nicht was bei dir los ist ich weiß auch nicht was ein Wert der leicht erhöht ist tatsächlich bedeutet ich habe viele Fahrradfahrer bei mir in der Praxis die haben alle leicht erhöhte Werte es sei dann vielleicht sehr gut was mir vielleicht als Faustregel wichtig ist weil der Punkt ist natürlich immer wann soll ich überhaupt anfangen und was bedeutet der PSA Wert es gibt so eine Faustregel die sagt wer im Alter von 50 ein PSA Wert unter 0,5 im Alter von 60 ein PSA Wert unter 1,0 hat wird mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen lebensbedrohlichen Prostatakrebs kriegen es gibt immer Ausnahmen also der Fall mit dem 0,7 Wert solche Fälle kenne ich natürlich auch aber das sind Raritäten ich persönlich empfehle jedem aus meinem privaten Bekannten und Familien Kreis zumindest in der Altersklasse Ende 40 Anfang 50 einmal einen Wert zu machen damit man ungefähr eine Basis hat nicht um den Patienten jetzt akut in irgendeine Schiene zu packen sondern um einschätzen zu können ob das eher einer von denen ist die man im Auge behalten soll oder ob das einer von denen ist wo man sagen kann es ist ein Superwert die nächsten paar Jahre passiert nichts damit man einfach weiß in welcher Risikogruppe landet derjenige und wir sehen immer wieder die Patienten die mit einem neu aufgetretenen Prostatakrebs PSA Wert 100 oder letztens hatten wir einen mit dreieinhalb tausend zum ersten Mal diagnostiziert werden dass der Patient eine hohe Wahrscheinlichkeit hat am Prostatakrebs zu sterben und dass der Patient mich natürlich fragt warum hat man mir denn nicht früher mal gesagt dass ich meinen PSA Wert bestimmen lassen soll das ist überhaupt kein Thema und da komme ich jetzt einfach wieder darauf zurück das was die Krankenkasse zahlt ist die Tastuntersuchung der Prostatakrebs mit der Tastuntersuchung finden wir ungefähr ein Viertel aller Prostatakrebse das heißt drei Viertel finden wir nicht über die Tastuntersuchung und die Tastuntersuchung ist was das angeht einfach zu ungenau und dann kommt natürlich immer noch der Punkt dazu wie viel hat der betreffende Arzt der da jetzt getastet hat überhaupt schon Erfahrung mit Prostatakrebsen wenn wir uns darüber im Klaren werden jeder Arzt nicht nur der Hausarzt der es wahrscheinlich noch relativ häufig macht aber auch jeder Neurologe oder HNO-Arzt darf Prostatakrebs Vorsorge machen wenn er das möchte und die Erfahrung die er damit hat ist natürlich extrem gering und Sie können niemanden fragen wie viel Prostaten hast du schon getastet und wie häufig hast du schon mal getastet ob da ein Prostatakrebs vorliegt also von daher der PSA-Wert ist etwas relativ Objektives und der letzte Punkt noch nicht jeder Patient mit erhöhten PSA-Wert kriegt sofort eine Gewebsprobe also bei mir zumindest kriegt jeder Patient erstmal eine Antibiotika Behandlung und eine Kontrolle ob der PSA-Wert nicht vielleicht deutlich runter geht weil nämlich nur eine Prostatakentzündung vorgelegen hat also aus dem einzelnen Wert sofort in eine Gewebsprobe zu machen halte ich für zu schnell aus der Hüfte geschossen und das kann dann auch die Zahl der unnötigen Maßnahmen die hier angesprochen worden sind denke ich deutlich senken Dankeschön jetzt die Selbsthilfegruppe Ja weshalb sitze ich hier weshalb arrangiere ich mich in der Selbsthilfegruppe das ist nicht aus Jux und Tollerei weil ich ein eigenes Interesse daran habe ganz kurz zum Hintergrund bei mir wurde die sogenannte große Hafenrundfahrt über mehrere Jahre gemacht dass es einen PSA Test gab seinerzeit schon war mir nicht bekannt wurde auch nicht darauf hingewiesen bis dann eine verdächtige Stelle getastet wurde beziehungsweise im Ultraschall erkennbar wurde mein erster PSA Wert lag bei 142 das war die erste Messung der Facharzt sagte mir sie kommen viel zu spät jetzt können wir nicht allzu viel mehr für sie tun und das ist 13 Jahre her ich sitze hier recht munter und fidel aber ich muss dazu sagen ich bin seitdem in laufenden Therapien und habe eine sogenannte Prostatakarriere gemacht zwei große Operationen Bestrahlung ständig laufende Therapien und ich möchte dazu beitragen dass den Männern die daran interessiert sind möglichst das Schicksal erspart bleibt eine Späterkennung zu erfahren wenn dann bitte eine Früherkennung damit noch kurativ therapiert werden kann aber eine Späterkennung kann auch viel ungünstiger ausgehen als es jetzt bei mir zu erkennen ist ich habe in den letzten zwei Jahren siebenmal Sterbebegleitung machen müssen ich spreche mich hundertprozentig für Vorsorge zur Früherkennung aus und auch für den PSA Test Ich glaube das waren recht eindringliche Worte Herr Dr. Kran ich habe Sie vorhin so charmant vom Rednerpult gezerrt jetzt will ich Ihnen aber trotzdem noch die Gelegenheit geben auch mal wieder was zu sagen Veranstaltungen durch Lesen durch die Selbsthilfe Gruppen durch das Internet durch das Fernsehen das heißt die Patienten kommen heute in der Regel zumindest zum Urologen nicht mehr unvorbereitet und wenn ein Patient es wissen möchte dann muss man wie Herr Popert ihm das sagte man muss natürlich dann auf die möglichen Konsequenzen hinweisen eine Untersuchung nur mal zu wissen ob und dann interessiert es mich nicht mehr halte ich auch nicht für sinnvoll und für gut man muss es dem Patienten vorher sagen aber man darf dem Patienten gleichzeitig auch nicht es verwehren und zu sagen ich halte nichts davon Patient also hast du auch nichts davon begegnen das heißt sie sollen informiert sie sollen spezifische spezielle Fragen stellen die wir vielleicht auch möglichst gut beantworten und wir müssen darauf reagieren und wir müssen ihnen gewisse Angebote machen wir wären dankbar wir wären gerne sofort bereit den PSA Wert in die Ecke zu werfen wenn wir einen besseren Wert hatten es gibt keinen besseren Tumor Wert alle anderen sind schlechter das darf man auch nicht vergessen und die Zahlen ich hatte es ihn genannt Herr Popert nannte es ihn dass wir natürlich viele Patienten diagnostizieren viele Patienten durch eine in Anfang Zeichen Mühle jagen dass wir viele Patienten auch wahrscheinlich nicht notwendigerweise operativ oder strahlentherapeutisch behandeln das ist richtig nur wir kennen sie vorher noch nicht und das zu wissen das wird ein Ziel sein was jetzt in der Grundlagenforschung unter anderem in der Martini Klinik in Hamburg durchgeführt werden wird und dann wird man vielleicht in einigen Jahren wissen welche dieser Patienten müssen wir behandeln welche können wir beobachten nur bis dato brauchen wir Gewebe und dazu ist die Gewebeuntersuchung leider noch notwendig deswegen ich halte es auch für sinnvoll wer es der den PSA-Wert nicht möchte den darf man nicht schäle angucken das ist deine Entscheidung das ist die Entscheidung des Patienten des mündigen Patienten nur wer den PSA-Wert möchte den muss man darüber aufklären muss man noch sagen Patient du entscheidest und das ist ja nicht so dass wenn ich einen Patienten mit erhöhtem PSA-Wert habe vielleicht noch einen Tastbefund dass der Patient dann nicht aus der Praxis kommt und ich sage Patient du musst dich jetzt biopsieren lassen ich bespreche das mit dem Patienten und sage ihm was für Vor- und für Nachteile sein können und dann muss der Patient entscheiden das ist teilweise viel schwieriger als es vielleicht früher vor 20 vor 30 Jahren war wo der Doktor gesagt hat und das wird jetzt gemacht und der nächste bitte ich denke mir da müssen wir anders mit ihm umgehen und da gehen wir auch anders ich hoffe es zumindest gehen wir anders mit ihm um ja Ihr Beifall Herr Dr. Kran an einem Punkt möchte ich mal einhaken Sie haben eben gesagt informieren Sie sich das finde ich richtig Sie sagten auch informieren Sie sich im Internet ich war heute Nachmittag bei Professor Google und ich kann Ihnen sagen drei Experten fünf Meinungen und welchen nun davon richtig ist dafür fehlt mir dann der richtige Ansprechpartner also wer Bedenken hat der sollte seinen Arzt mal ganz locker drauf ansprechen oder er sollte eine Selbsthilfegruppe geben ich finde die Arbeit unheimlich wichtig und hilfreich auch für die Patienten ich denke bei dieser hohen Durchdringung sagt man so der Männerwelt mit Prostatakarzinomen kennt jeder irgendwie einen der doch schon mal deswegen Bedenken hatte beim Arzt gewesen ist man kann erst mal ins Gespräch kommen und dann vielleicht auch die Scheu verlieren seinen Arzt darauf hin anzusprechen dass man die Krankheiten nicht kriegt wenn man nicht drüber redet ich glaube das ist vorbei der Dr. Google ist für mich auch ein Kollege den ich nun absolut nicht mag die niedergelassenen Kollegen in der Regel sind ja die Kollegen die Ärztinnen die Ärzte die Sie als Ansprechpartner haben und die sollten Sie informieren wenn Sie dann eine gezielte Frage haben wenn Sie dann wissen um was es geht dann können Sie sicherlich das Internet auch machen nur in meiner Erfahrung ist es so dass die Patienten eben häufig schon mit Ausdrucken kommen und das muss nicht Dr. Google sein das kann auch irgendwie ein anderes Internet basiertes System sein wir haben ja sogar Risikokalkulatoren die Sie im Internet nutzen können wo Sie sich selber eintragen können was für ein Risiko haben Sie in fünf Jahren Metastasen zu haben mit diesen Informationen kommen die Patienten aber die Besprechung mit dem Arzt mit der Ärztin muss am Anfang stehen und muss eigentlich diese weitere Information begleiten und dazu sind die Hausärzte eminent wichtig und dazu sind wir wichtig wir alle sind dazu wichtig und die Selbsthilfegruppe ich denke auch Hans Lutowitsch können Patienten ansprechen die vielleicht noch gar kein Prostatakarzinom nachgewiesen haben selbstverständlich und zwar jederzeit die Uhrzeit spielt keine Rolle ich erhalte Anrufe auch also nach Mitternacht möchte es nur nicht dass es zur Regel wird aber eine hervorragende Informationsquelle sind die Broschüren die wir ausgelegt haben ich möchte auch so wenig wie möglich wieder nach Hause schleppen davon das sind Broschüren die sind für Patienten geschrieben es handelt sich dabei um die S3 Leitlinien die weitgehend verbindlich für die Fachärzte sind und so weiter in einer Form die für jeden verständlich ist es gibt eine Broschüre zur Früherkennung ist vor kurzem rausgekommen dann gibt es eine Broschüre für das lokal begrenzte Prostatakarzinom und für das metastasierte und fortgeschrittene dann sind außerdem noch zwei Fachzeitschriften interne des Bundesverbandes dabei die können Sie selbstverständlich gern ebenfalls nehmen so weiter noch Bestand ist diese Broschüren sind alle kostenlos und dann sind Sie viel viel besser informiert als Sie das allein übers Internet machen könnten und dahinter steht die Deutsche Krebsgesellschaft mit einem großen Expertenstab und diese Leitlinien werden jedes Jahr neu überarbeitet die erste Überarbeitung ist gerade erfolgt und wird auch in den nächsten Tagen veröffentlicht damit sind Sie mit Sicherheit viel schneller und besser informiert als wenn Sie das auf eigene Faust versuchen ansonsten könnten Sie auch mal die Homepage des Bundesverbandes Prostatakrebs anwählen prostatakrebs minus bps punkt de dort ist ein Forum dort können Sie Fragen stellen dann gibt es eine Hotline von der Deutschen Krebsforschungsgesellschaft nein von der helfen Sie bitte weiter Deutsche Krebsforschungsgesellschaft eine Hotline kostenlos ja kostenlos und auch eine kostenlose Hotline vom Bundesverband Postatakrebs da haben Sie die Möglichkeit sich einmal anhand der Broschüren zu informieren und dann noch mal zwei kostenlose Telefongespräche zu führen und dann sind Sie so gut präpariert dass Sie vielleicht sogar Ihren Hausarzt oder Facharzt manchmal in Verlegenheit bringen könnten So jetzt gebe ich an den Hausarzt weiter ich glaube der Herr Popat hat auch noch eine Internetadresse für Sie Genau es ist eine halb offizielle Adresse www.psa-entscheidungshilfe.de da können Sie sich relativ objektiv auch informieren für und wieder psa-entscheidungshilfe.de Wunderbar meine Damen und Herren es ist eine Minute vor 20 Uhr mir bleiben noch zwei Dinge übrig erstens möchte ich darauf hinweisen dass wir uns am 15. Mai hier wiedersehen zum Thema Kopfschmerz ich hoffe Sie kommen alle ohne Kopfschmerz hierher und das zweite was ich sagen wollte Frau Dr. Müller hat es am Anfang schon mal gesagt so sieht er aus der Organspenderausweis sorgen Sie dafür dass Sie so einen in der Tasche haben denn dann können Sie selbst darüber entscheiden was mit Ihren Organen passiert sonst machen das nach Ihrem Tod andere und jetzt gebe ich das Mikrofon an Frau Dr. Müller sie will sicherlich noch ein Wort sagen vielen vielen Dank liebe Experten die Sie hier waren und uns so gut aufgeklärt haben ich denke das ist ein richtig kräftiger Applaus wert vielen Dank aber auch an Sie liebes Publikum dass Sie so ausgehalten haben in der Wärme und in der Unbequemlichkeit kommen Sie gut nach Hause bleiben Sie gesund und kommen Sie auch bald wieder Applaus Applaus Bis zum nächsten Mal.